Hallo und herzlich willkommen bei den BrickFreaks. Ja wir haben wieder wenig Platz hier zur Präsentation. Und ich habe euch wieder was Großes mitgebracht zum 5-jährigen Jubiläum. Also nicht direkt heute. Vor kurzem hatte der Kanal 5-jähriges Bestehen. Also seit 5 Jahren lade ich Videos hoch. Den Kanal habe ich schon seit 2013, wenn man ein Google-Konto öffnet. Also 5 Jahre die BrickFreaks und da haben wir uns angestrengt, um euch was Besonderes bieten zu können. Und nach dem 7.000 Teile Flugzeugträger, ja, wie will man das noch übertoppen? Mit einem 8.000 Teile Republic UCS Gunship. Jawohl, mit 10,9 Kilo. Nur die Steine. Ja, ihr habt richtig gehört. 10,9 Kilo hat dieses Set. 10,9 Kilo. Okay, ihr guckt euch jetzt ein paar Bilder vom Aufbau an. Der war jetzt nicht so super spannend. Dann guckt ihr euch ein paar Bilder vom fertigen Set an und dann sage ich euch meine Meinung zu dem Set. Jawohl, vielen, vielen Dank. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Okay. Bis zum nächsten Mal. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So mache ich zum nächsten Mal. Bis 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 zum nächsten Mal. fest. Ihr werdet den hier brauchen ohne Ende. Klopft dann den Rahmen fest, dass der fest drin sitzt. Dann ist es mit den Flügeln kein Problem. Es ist nicht so wie bei Monarch oder schieß mich tot bei der Eclipse oder bei der Razor Crest, dass vieles fein und so weiter und fein und eng. Nein, das Ding ist für Grobmotoriker wie mich mit Gummihammer. Jawohl. Hier wird geklöppelt. Hier geht es richtig zur Sache. Mein Nachbar denkt seit sieben Tagen, ich renoviere. Ehrlich. Er hat wirklich gefragt, ob ich renoviere. Weil hier stundenlang geklopft. Ihr klopft hier Platten und Steine aufeinander. Das ist einfach unfassbar. Wie gesagt, das ist kein graziles Set für Feingeister. Das ist ein in Stein gemeißeltes Monument, was ihr dann mit eurem schweißüberströmten Körper und euren gestählten Muskeln eurer Familie vorstellen könnt. Nachdem ihr dann zwei Wochen im Keller wart und sich fragen, was er so da zusammenklopft. Okay. Der Aufbau macht echt durchgehend Spaß. Es ist wirklich nichts. Okay, die Flügel baut er doppelt, klar. Und die Kanonen oben baut er doppelt. Es war auch die Seitenteile hier baut er doppelt. Aber es war jetzt nichts, wo ich mich irgendwie geärgert habe, repetitiv gefunden habe. Nichts. Das Ding macht durchgehend Spaß zu bauen. Es ist halt einfach nur over the top. Ein bisschen mehr wäre an manchen Stellen besser. Ein bisschen weniger wäre an manchen Stellen besser gewesen, wegen Gewicht. Aber das Ding ist einfach nur over the top. Durchgehend. Okay. Kleines Beaderbike. Kommen wir aus Episode 3 auch. Könnt ihr hier einladen. Und das hier dann Munition, Nachschub auf so einen Crate hier. Könnt ihr da auch reinladen. Ansonsten haben wir an Funktionen. Man kann das hier bewegen. Kann man zumachen. Die Türen. Die sind jetzt Republic Gunship mäßig. Ich meine, man sieht die selten geschlossen. Natürlich fliegen die auch geschlossen manchmal. Aber der Designer hier hat sie jetzt so konstruiert, dass die nicht zu gehen. Das heißt, jetzt ist zu. Das heißt, wir haben immer ein bisschen offen. Und dann wird es hier nach hinten geschoben. Und dann habe ich es wahrscheinlich wieder ausgehängt. Jawohl. Und da kommen wir jetzt nämlich dazu. Das Ding hat zwei, drei Schwachpunkte. Unter anderem hier die Aufhängung der Türen. Das habt ihr gesehen. Das geht hier nach hinten. Das ist auch absolut okay. Nur die Türen sind so schwer und die hängen im Endeffekt an zwei Pins am Gerüst. Und die Tür wiegt irgendwie 400 Gramm oder so. Ich weiß es nicht. 300, 400 Gramm. Es ist auf jeden Fall viel. Deswegen guckt, wenn es bewegt oder wenn es hinterher steht, dass es immer aufsteht. Weil sonst fluppt euch das oben raus. Es ist einfach over the top, dieses Ding. Ihr seht es auch hier. Die Kabinen, die hängen auch ganz leicht durch. Die Kanonen hier, die sind einfach auf Kugellagern. Die könnt ihr jetzt nicht fest. Die hängen immer so nach unten durch. Klar, ihr könnt sie bewegen, aber ihr könnt sie nicht positionieren. Die Türen hier gehen auch auf und zu. Und die Heckklappe und die geht nicht weiter. Das Ding ist relativ offen. Das hat große Spalte. Ist jetzt beim Republic Gunship nicht schlimm, weil das meistens eh im Orbit oder in der Atmosphäre operiert und Truppen hoch und runter bringt. Also in der Serie ist das Ding eh meistens offen. Deswegen habe ich nichts dagegen, dass man das jetzt nicht schließen kann und dass wir große Spaltmaße haben. Man muss ja auch so sehen, das Ding hier ist wie gesagt eher ein ein Monument ein Monument von Star Wars was man auch aus einer ganz anderen Distanz betrachten muss als jetzt ein Spielset. Ein Spielset oder das UCS-Set das guckt euch aus der Nähe an die Details. Das Ding ist besser was was man aus ein, zwei, drei Metern Abstand betrachtet. Wenn man da zu nah rangeht sieht man einfach die kleinen Spalte überall die es einfach hat aber der Ansatz hier war halt einfach ein anderer. Der Typ wo es designt hat Entschuldigung für der Typ der großartige Designer das war nicht disrepektiv nicht respektvoll oder disrespektvoll gemeint hat dann einfach einen ganz anderen Ansatz. So eine Sache ist euch sicherlich aufgefallen hier schauen vier Achsen raus ich muss irgendwo Baufehler gehabt haben ich kriege die nicht weiter rein. Keine Ahnung irgendwo innen drin ist ein Stein wahrscheinlich nicht richtig mit der Kreuzaufnahme deswegen gehen die nicht weiter rein das ist das einzigste. Ansonsten denke ich habe ich so wie in der Anleitung gebaut schwächend von dem Set klar die Türen dann von der Größe her sind die die Kanzeln hier die Cockpit Kanzeln natürlich ein bisschen zu klein da braucht man gar nicht drüber reden die müssten ein bisschen größer sein genauso hier das müsste auch ein kleines bisschen anders gemacht sein liegt aber halt daran dass es in der Größe nichts passendes gibt wenn man halt in die Größe reingeht wo derjenige jetzt hier das designt und gebaut hat muss man dann halt Kompromisse machen ich finde es jetzt aber nicht schlimm es ist nicht so dass ich drauf gucke und denke ach Gott wie furchtbar nee das nicht immer denkt drauf okay es könnte ein bisschen größer kugeliger sein aber es ist okay da gibt es ganz andere Modelle wo ich dann denke hä warum habt ihr das gemacht und wie gesagt das liegt halt hauptsächlich einfach an dem Gewicht und der Größe von dem Ding und dem Maßstab dass man da nichts findet ihr seht ich bin schon wieder überall am Fummeln okay Aufbau hatte ich ist toll Steinequalität das sind Gobrik Steine Malkings Bestes gibt es nichts zu diskutieren keinerlei Probleme mit dem Stein gehabt wir gucken mal und darauf geht es sicher hinaus ich mache jetzt mal die Klappe hinten raus damit man mal die Maximallänge also oben MG bis vorne MG sind wir bei 78 cm das Heck-MG hier hinten oder die Heckkanone hier hinten ihr seht sie da zack okay dann gucken wir mal was wir für eine Höhe haben Gewicht habe ich euch schon erzählt bin einfach immer wieder fertig wir haben 39 cm in der Höhe und jetzt kommt es die Flügelspannweite die wird wow okay also ich hätte eh gedacht dass die Flügel es komplett rausreißt ich war ganz überrascht dass das Ganze so funktioniert aber ihr müsst natürlich die Flügel zusammen anbringen wenn ihr es auf einer Seite festmacht so was hat man 78er Länge wir haben eine 90er Flügelspannweite 90 cm leck mich doch abartig also dieses Set ist einfach nur verschwenderisch 2 also das ist kein Spielset A kann das keiner rumtragen mit seinen 10 oder 11 Kilo des Weiteren die Türen sind nicht für Spielen gemacht das hier oben das ist einfach so viel Schweine schwer das ist nicht für Spielen gemacht ja also wenn euer Neffe oder eure Nichte kommt und sagt haha wir spielen eine runde Star Wars mein Lieber er soll es mal versuchen hochzuheben dann wisst ihr schon der Kleine wird scheitern danach wird er einen Bandscheibenvorfall haben die Mutter wird euch verklagen aber es wird nichts passieren er wird garantiert nicht damit spielen das will ich damit sagen das Ding ist abartig entweder das gefällt einem oder es gefällt einem nicht was aber garantiert auf jeden Fall wert ist ist es einfach nur die Steine das Set ist genial zum Ausschlachten wenn ihr weiße und dunkelrote Steine braucht ein bisschen Grau auch noch dabei vor allem die invertierten Fliesen die zwei auf zwei die normalen Fliesen das sind hunderte hunderte drin Platten Slopes hunderte halbe Ringe ganze Ringe hier oben Platten hunderte es ist es ist es ist es ist einfach nur abartig es ist einfach nur abartig Technikbricks sind auch einen Haufen drin um dem ganzen Gerüst zu geben also von daher wow 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 ja viel mehr lässt sich wirklich nicht dazu sagen das Ding ist einfach da es ist ein Klopper ihr tragt es ein, zweimal rum sucht euch einen festen Platz und dann bleibt es da es ist wie gesagt es ist einfach auch einfach zu schwer ihr tragt es nur einmal rum ihr kommt ja mit 90 cm nicht mal durch die Türen mir sind die Seitentür hier abgefallen das MG abgefallen das MG da abgefallen und das hier oben abgefallen als ich irgendwie versucht habe durch meine Türen zu kommen mit dem Ding wow also vollkommen krank ich finde es passt für 5 Jahre Brickfreaks sowas hier euch nochmal vorzustellen absolut krankes Modell ich weiß die Zuschauerzahlen die Zuschauerzahlen in den letzten Monaten die sind relativ ja überschaulich nur noch die großen Sets kommen in die tausender Klicks rein ja ich hoffe das schaffen wir diesmal wieder ha ja ok das hätte es auch noch zu haben ich kann es nicht brauchen es ist zu schwer und meine Frau ihr wisst es ja das wird sie sicherlich nicht im Wohnzimmer akzeptieren ok also wer es haben möchte in der Kanal-Info steht die E-Mail 11 Kilo Glemmbaustein bringt so eine kleine Schubkarre mit oder einen Anhänger guckt mal ob ihr überhaupt bis 3,5 Tonnen fahren dürft das ist auch das ist auch ein ideales Set für Krisengebiete ehrlich super Set für Krisengebiete weil wenn in Amerika mal wieder ein Tornado durchs Haus geht euer Haus ist weg in den Trümmern wird das Gunship hier drin stehen es wird ihm nichts angemacht haben es wird da stehen bis zum jüngsten Tag das Ding ist einfach nur massiv riesig beeindruckend ja was soll ich sagen es ist keine grazile Schönheit nein nein das ist es nicht es ist keine grazile Schönheit ok dann bleibt mir nichts anderes übrig als mich nochmal für 5 Jahre und 12.000 Abonnenten zu bedanken vielen Dank auch lieber Gregor dass du hier eingestiegen bist und mich unterstützt habt ihr Fragen zu dem Set schreibt sie in die Kommentare wollt ihr dem Kanal ein bisschen helfen dass wir noch weiter wachsen teilt doch dieses Video weil ich denke das ist was was viele Leute einfach mal sehen wollen dass man auch 11 Kilo riesige monumentale Statuen aus Klemmbausteinen bauen kann oder besser gesagt klopfen kann das wäre eine riesen Hilfe ansonsten wir haben immer ich bring demnächst auch ein FAQ Video immer mal wieder kommen Fragen wie ihr uns unterstützt da wir keine Affiliate Links anbieten ihr könnt ein Superfans kaufen bis jetzt hatte ich 3 Amerikaner und einen Deutschen die so ein Superfans mit 2 Dollar oder 2 Euro gekauft haben also wer unbedingt den Kanal unterstützen will kann uns ein Superfans kaufen wir freuen uns vielen 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 Dank ok also nächsten Videos sind von Pantasi das Popeye Steamboat das hat mir Pantasi direkt geschickt zur Eröffnung vom Pantasi Store auf dem Amazon Marketplace das kommt Mittwoch oder Donnerstag also ihr kriegt jetzt Sets vom Pantasi direkt bei Amazon die dann auch wirklich vom Pantasi verkauft sind das ist der Pantasi Store das seht ihr als nächstes dann kommt ein 5 Jahre Danke Video wo ich dann auch nochmal Revue passieren lasse was meine geilsten Sets in diesen 5 Jahren waren ok vielen 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 Dank ich hoffe ihr habt ein schönes Wochenende ich hoffe ihr bleibt uns treu wie gesagt bitte teilt das Video wenn ihr es liked ist ja auch immer schön aber teilt das Video ein bisschen dass wir vielleicht nochmal einen Stapel neue Zuschauer bekommen würde mich tierisch freuen macht's gut vielen Dank euer Frank bye bye das Video das Video das Video Vielen Dank.